Ihr habt zwei neue Videos auf meinem Kanal und heute öffnen wir einfach die Team-Chest. Hier ist einfach Level 36 in der Old Generation. Ihr könnt gerne reinkommen, wenn ihr die Anforderungen habt. 4.000 Werkstatt, Stärke, also Energie und Legende 50. Aber ich kann auch meinen Freund vielleicht fragen, ob der es drunter stellen kann. Ich würde euch kurz sagen, wir öffnen den Chest in 3, 2, 1, let's go! Und 164.000 Münzen, oh mein Gott, Flügel für Lamborghini, Superwagen, Supercar, 113, dann für LKW, Truck, haben wir einfach Nachbrenner, das ist zu krank, 12 Stück vor allem auch. Und einfach für Tankboost, Sportwagen, 3, das ist zu krank. Das ist so cool, vor allem auch legendär, 3 Stück vor allem auch legendär noch. Und 50 Chowelen. 49.000 Münzen ist okay. Ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video und ciao!